Zahl der Fahrradunfälle in Berlin gestiegen. 684 Radler kamen 2012 schwer verletzt in ein Krankenhaus. Das waren 29 mehr als im Vorjahr. Das teilte der ADAC Berlin-Brandenburg mit. Die Zahl der bei einem Unfall getöteten Fahrradfahrer stieg auf 15. 2011 waren 11 Menschen bei Radunfällen gestorben. Vor allem im Sommer, wenn viele Touristen und Reisebusse in den beliebten städtischen Zentren der Stadt unterwegs seien, werde es in den Kreuzungsbereichen schnell unübersichtlich und gefährlich. Am Checkpoint Charlie in Berlin-Kreuzberg waren in den vergangenen Wochen zwei Fahrradfahrer von Lastwagen erfasst worden.